Herzlich willkommen zum Europa-Magazin. Nach den schrecklichen Anschlägen von Paris laufen die Ermittlungen nach den Hintermännern europaweit auf Hochtouren. Überall herrscht erhöhte Wachsamkeit aus Angst vor weiteren Anschlägen. In Frankreich gilt nach wie vor der Ausnahmezustand. Mindestens einem Terrorkommando könnte die Flucht gelungen sein. Dafür spricht der Fund eines Autos in Paris. Und inzwischen ist auch klar, auch ein Deutscher ist unter den Getöteten von Paris. Verena Bünden berichtet aus einer Stadt, die nicht wiederzuerkennen ist. Willis Fröder, Dankeschön. Nach Paris. Ja, das ist für Syrien, sollen die Attentäter gerufen haben, als sie wahllos auf die Menschen in Paris schossen. Im Internet kursiert eine angebliche Erklärung des IS. Darin heißt es, eine treue Gruppe des Kalifats habe die Hauptstadt der Unzucht und Laster angegriffen. Doch der Verdacht liegt nahe, dass es wohl tatsächlich vor allem das französische Eingreifen in Syrien ist, das die Attentäter von Paris auf den Plan gerufen hat. Auch Russland und Großbritannien sind in Syrien beziehungsweise im Irak gegen den sogenannten Islamischen Staat aktiv. Deutschland unterstützt die Peschmerga im Kampf gegen den IS. Alexander Stenzel berichtet. Und ich begrüße meine Kollegin Julie Kurz in London. Am Freitagmittag klang Cameron ja noch sehr triumphierend. Haben die Briten jetzt Angst? Weitere Maßnahmen sind geplant, denn es gab ja in Großbritannien 2005 den großen Anschlag und seitdem herrscht ja schon eine sehr strenge Überwachung. Julie Kurz live aus London, danke schön Ihnen. Ja, seitdem Russland mit eigenen Bombardements in den Syrien-Krieg eingegriffen hat, auch gegen den IS, auf jeden Fall aber für Assad, ist die Zahl der Flüchtlinge noch mal gestiegen. Am deutlichsten ist das nicht in Deutschland oder in Schweden zu sehen, sondern in der Türkei. Mehr als zwei Millionen syrische Flüchtlinge sind inzwischen dort. Damit sie schön dort bleiben, zeigt sich die EU der Türkei gegenüber gerade sehr kooperativ und auch zahlungswillig. Doch wie verwaltet man eigentlich mehrere Millionen Flüchtlinge und was ist ihre Perspektive in der Türkei? Darum kümmert sich eine gigantische Behörde mit fast 5000 Mitarbeitern und er ist ihr Chef, Fuad Oktaj. Michael Schramm berichtet. Noch immer kommen tausende Flüchtlinge aus Albanien nach Deutschland, obwohl Albanien ja seit kurzem ein sogenanntes sicheres Herkunftsland ist und die Aussicht auf Asyl bei uns gegen Null tendiert. Die meisten sollen zügig abgeschoben oder zur freiwilligen Rückkehr bewogen werden. Mein Kollege Darko Jakovlević hat eine Albanerin getroffen, die diesen Schritt zurück bereits gemacht hat. Rumänien ist bekanntlich Mitglied der EU, doch mit den vermeintlichen EU-Standards ist es immer noch nicht so weit her. Korruption zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Ministerpräsident Ponta ist zurückgetreten, allerdings nicht wegen seiner Anklage, wegen Korruption ist er schließlich zu Fall gekommen, sondern durch den schrecklichen Brand in einem Bukarester Nachtclub vor zwei Wochen. Noch immer steigt die Zahl der Toten und möglicherweise setzt ihr dramatischer Tod mehr in Rumänien in Gang als alle Korruptionsskandale zusammen. Jetzt die Tagesschau hier im Ersten und mehr zu den Attentaten von Paris. Auch um 14.30 Uhr in einer Extra-Ausgabe der Tagesschau und heute Abend im Brennpunkt um 20.15 Uhr. Auf Wiedersehen. Dankeschön für Ihr Interesse am Europapazio. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017